willkommen zu einer neuen session minecraft ja ich habe jetzt überlegt tatsächlich ob wir vielleicht das ganze ding um einen block schmaler machen weil irgendwie kommt mir das doch ein bisschen too much vor aber das überlege ich erst später wir können jetzt erstmal hier wieder zwischen blöcke hinsitzen soll ich hier überall weiß gemacht weil ich hier auch oder weiß ich schon die riecht einfach das ist eher ein grölicher tön so theoretisch müsste ich das wahrscheinlich gar nicht hier zwischen machen aber ich mache es jetzt einfach mal ach shit hier sind wir gar nicht so hoch okay das wird schmerzhaft da habe ich sie macht okay ja ob das nicht vielleicht bis hierhin einfach hoch oder vielleicht sogar zwei blöcke dass man das wirklich da dieser knick nicht ist mhm obwohl vielleicht lassen wir doch den knick drinnen aber wie mache ich dann den eingang eigentlich muss ich den um die zu machen oder muss das überhaupt zu weit raus gucken geht er nicht einfach vielleicht auch hier ja ich bin mir noch unschlüssig deswegen lass ich jetzt einfach noch denn ich habe etwas geschafft sogar relativ schnell was ich nicht erwartet hätte auch wenn es jetzt tatsächlich dann überhaupt nicht mehr so aussieht wie es mir am anfang vorgestellt habe aber man muss ja ein bisschen kompromisse eingehen das kann erst mal dann aber bei jedem kommt er noch hoch was wir zusammen und die sind jetzt alle üben wo das ist skare tie sehr gut das ist da oben so dunkel und ich habe noch platz ich habe noch platz dann muss ich die natürlich mehr holen ich hätte vielleicht hier auch mittlerweile und wo ist eigentlich genug jetzt ist hier alles düster was ich gar nicht mehr so verkehrt finde und sie kostet so ja ich habe schon mal den turm ist ein bisschen angefangen hier sitzt praktisch überall das begeben wir nämlich gleich mal ich überlege ob ich hier draußen nicht auch wieder obwohl diesen nicht bluten polierten granit sind nämlich sondern in den normalen man soll um die türme quasi umgehen können so so da ich nämlich nicht genug granit dabei hatte habe ich das erstmal so gelöst gehabt so aufpassen mit freund so und 13 blöcke noch ich sitze hier mit vergeschehen da auch nicht natürlich noch irgendwo und da ich kein bock drauf so so okay dann abmarsch nach unten die ganzen blöcke noch aufsammeln denn wir wollen ja nichts verkommen lassen dann will ich mich hier unten die wohl auch anpassen irgendwie noch denn dann macht das irgendwie auch ein bisschen mehr sinnwerter gefängnisturm dann explizit hier unten noch mal die kleinen gästchen das gefällt mir schon eher haben wir haben 9 an die sieg blöcke jetzt dabei ist natürlich okay da muss ich gleich nochmal nachschub holen aber als erstes ziehen wir jetzt noch die mauern hoch da fällt mir gerade ein ich hab das ja da auch falsch gemacht da scheiße beim hotel wieso höre ich den so laut denn das wäre jetzt quasi die etage für den ich nenns mal strich und zum glück habe ich noch nachschub im neta also die ecke soll jetzt immer hier fürs treppenhaus dienen und dahinten kommt quasi noch mal ein paar gefängnisse hin andy sieht und granit kann ich auch gleich mitnehmen andy sieht könnte vielleicht noch oben haben und sogar noch ein paar blöcke das wird aber nicht reichen das wird nicht reichen zufällig noch was hier ungünstig ungünstig ach so knochen sehr gut ich bin über das skelett aber ich sehe es nicht also nicht schon wieder seine was doch vielleicht irgendwo hingegen komisch das war so viel weniger an die sieht haben als diorit ich sehe es nicht ich sehe es nicht dünndl 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 tschüss Ok. Haben wir den Knochen bekommen? Yes. so wieder hoch nun scheletti sonst haben wir dann schnell diese ist denn eigentlich der zum leben ist es nicht abgefackelt schützt zum glück haben wir ein scheiß spitze da ich jetzt hier aus das hat mich jetzt nicht abgefuckt das war überhaupt nicht durchdacht einfach runter ok also wir gehen hoch ziehen die line weiter 5 ok ok dann brauchen wir wieder grenzen und dann müssen wir erst mal den boden hier die machen vielleicht mache ich die zellen auch mit roten etat siegeln das würde durch ein bisschen cooler kommen hier wieder tröppel wie ich das da gemacht ach so die blöcke müssen wir noch austauschen klasse das ist und dann an die ebene wäre ja eigentlich schon wieder wird grau oder ante sieht doch ist an der sieht sagt euch die eben was sie sehen da war das von der fackel und die finster zitterer mache ich dann aber auch erst später rein so und das wird die letzte reihe erst mal da kommt wieder an der sieht und dann gibt es an dieser stelle auch erst mal wieder das folgen poesien spitze wie danke mich wie es denn denn ja 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 ja